Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Update bezüglich Stronghold Warlords. Ja, das Spiel wurde verschoben vom 26. Januar, der ebenfalls schon verschobener Termin war, auf den 9. März 2021. Also von jetzt an so ziemlich genau in zwei Monaten. Das soll auch, wie es heißt, übrigens seht ihr die Ankündigung hier, und das soll die letzte Verschiebung sein, dort Firefly. Und als Begründung wurde angegeben, dass der Multiplayer noch nicht ganz fertig ist. Mein erster Gedanke beim Lesen war so, Mensch, dann releast doch die Kampagne jetzt schon und die Skirmishes und macht den Multiplayer erst später. Und während ich weitergelesen habe, ist mir aufgefallen, okay, das haben sie selbst angesprochen. Sie haben mit dem Gedanken gespielt, aber sich dann doch entschlossen, alles auf einmal zu releasen, weil sie das auch ursprünglich versprochen hatten. Ja, kurz und knapp, das war's. Äh, das war's mit der Info. Und in zwei Monaten gibt es erst Stronghold Warlords. Ich habe mich jetzt eigentlich auch darauf vorbereitet, auch so projektechnisch ein bisschen Platz gemacht, dass ich Stronghold Warlords gleich starten kann am Ende Januar. Ja, jetzt wird's natürlich später, aber ist ja nicht so, als hätte ich noch anderen Stronghold Content da, um das ein bisschen zu füttern. Bis dahin gibt's halt noch jede Menge anderen Community Content. Ich werde jetzt öfters mal wieder ein bisschen Stronghold streamen, habt ihr auch schon mitbekommen. Demnächst mache ich was zu Stronghold 2 wahrscheinlich mal wieder, zumindest einen Stream. Und ich würde sagen, für alle, die Stronghold interessiert sind, was den Großteil des Kanals betrifft, und natürlich alle, die hier eingeschaltet haben, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, ja, ich wünsche viel Spaß bei weiteren Videos, die jetzt noch kommen mögen, egal zu welchem Stronghold. Und wir sehen uns spätestens für alle, die Stronghold Warlords interessiert sind, dann wohl am 9. März 2021. Also so ziemlich genau in zwei Monaten. Je nachdem, wann ihr das Video seht, einfach nur am 9. März. Und, ja, bis dahin. Bye, bye.